Den Konzernen, die uns mit Informationen füttern und die Angebote machen, die wir nicht ablehnen können. Keine Ahnung. Ehekonzerne vielleicht. Bill Gates. Mark Zuckerberg. Den Amis. Der Welt. Keine Ahnung. Die ganze Bevölkerung eigentlich, die das nutzt. Da bin ich immer fragt. Das weiß ich nicht. Weißt du das? Alle so. USA oder so. Das gehört uns. Uns allen. Das ist ja Open Source. Ich glaube, wir haben da eigentlich die Kontrolle schon fast verloren. Den Medien gehört das Internet. Keine Ahnung. Gehört das überhaupt irgendwie?